Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, schön euch zu sehen, schön euch hier wieder bei uns zu sehen. Die letzten zwei Sonntage waren wir unterwegs, ich hoffe, dass du mit unterwegs warst mit uns. Wir haben ja einmal Gottesdienst gefeiert im Ravensberger Park und dann waren wir letzte Woche im Mohnspark in Gütersloh, weil wir dort Gottesdienst gefeiert haben als Netzwerk, ja, als Netzwerkgemeinde Bielefeld, Gütersloh und Herford sind wir zusammengekommen im Mohnspark, die haben einen großartigen Park dort, dort haben wir Gottesdienst gefeiert, waren gemeinsam danach noch beim Essen, ja, auch Yilmaz, dir hätte es geschmeckt, du als Feinschmecker. Von daher schön, ja, dass wir jetzt gemein unterwegs sind, dass, ja, wir gemeinsam lachen, essen, Gottes Wort hören können, Spaß haben, miteinander trauern, miteinander feiern, ja, das ist immer großartig. Und sowas klappt natürlich nicht ohne die ganzen vielen Hände, die das alles vorbereitet haben. Deswegen will ich, bevor wir ins Wort Gottes gehen, echt diese Chance nutzen und einmal Danke sagen. Wirklich Danke von mir, von uns allen, wie auch immer, für all die Vorbereitungen, für all das Organisieren, ja, wenn jemand zuguckt und nachher noch im Gütersloh Gottesdienst ist, dann nimmt den Gruß und den Dank gerne mit. Ja, das lässt sich nicht stemmen ohne viele Hände, die sich da auch einbringen und sagen, komm, ich habe Freude daran, mit teilzunehmen und mitzugestalten. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die organisiert haben. Wir werden es bestimmt nächstes Jahr wieder machen. Also, falls du Bock hast, dabei zu sein, melde dich dann rechtzeitig, spitze die Ohren und wir treffen uns dann auch wieder im Mohnspark. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass wir mit vielen Leuten dort Gott anbeten und dass wir dort, ja, Leute einfach mit dem Glauben in Berührung bringen können. Lenker hat es schon gesagt, wir sind in einer neuen Predigt-Serie. Und ich weiß nicht, ob du dich mit mir identifizieren kannst, aber manchmal macht man das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte, ja. Als Lenker gesagt hat, der Glaube, nee, warte mal, ein Glaube, der Punkt, Punkt, Punkt und sie mich fragte, ob ich sie den Titel darf, wollte ich eigentlich sagen, ja, aber auch so einen erklärlichen Gründen habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Vielleicht war es auch ein Test, ich wollte gucken, ob es dich rausbringt. Ja, das verkaufen wir als Test. Naja, also, du hättest es, ja, ich weiß nicht, ich hoffe, damit bin ich nicht alleine, es geht dir auch manchmal so, manchmal macht der Körper irgendwie was anderes, als man sagen will. Also, natürlich hätte man das sagen können, es ist kein Geheimnis, das Thema für heute ist ein Glaube, der mich segnet. Ein Glaube, der mich segnet. Ich will dich einladen, dass du bei dieser nächsten Predigt-Serie, die wir angesetzt haben, einfach mal dich so ein bisschen mit hineingibst, dich so ein bisschen darauf einlässt. Vielleicht ist sie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders, als du es denkst, aber ich glaube, dass sie gut und wichtig ist. Und ich glaube, dass sie gut und wichtig ist. Ich glaube, dass der Eindruck von Bani vorkommen wird, ich glaube, dass Jesus vorkommen wird und das ist doch schon mal dann die halbe Miete. Das Wort Gottes ist dabei, was soll noch schief gehen? Lasst uns rein starten und ich freue mich, ich freue mich auf das, was kommt. Ja, ich glaube, dass es keine Frage ist, dass alle, die hier sitzen und wirklich glauben oder, ja, ich will es nicht falsch formulieren. Es ist keine Frage, ob wir von Gott gesegnet werden oder nicht. Ja, Gottes überreicher Segen ist spürbar in dem Leben der Gläubigen. Amen? Amen. Trotzdem, oder es heißt trotzdem, ja, trotzdem ist auch das falsche Wort. Ich fange mal anders an. Wir befinden uns in einer Zeit heutzutage, wo alles daran gemessen wird, ob es mir etwas bringt, ob ich es gut finde, ob ich es schön finde oder ob es toll ist. Ja, was bringt mir jenes, wenn ich das kaufe? Was bringt mir die Versicherung? Was macht mich glücklich? Lieber Bali oder lieber Malediven? Hat es einen Sinn? Brauche ich das? Nützt es mir persönlich was? Ja, wir leben in einer Zeit, wo diese Fragen häufig gestellt werden. Ich habe das Gefühl, alles wird daran gemessen. Finde ich es gut, so wie es ist? Unser Denken in der westlichen Welt ist so individualistisch geprägt. Ja, mein und dein Wohlbefinden, unser Wohlbefinden, unsere Bedürfnisse haben immer Vorrang vor den Bedürfnissen der anderen. Was bringt es mir? Taugt es etwas für mich? Ja, dementsprechend nicken wir die Dinge ab, wenn wir sie gut finden und wenn sie uns etwas nützen. Ja, kann ich gebrauchen, kann ich machen, finde ich gut, ist super. Ja, und ich weiß nicht, welche Bücher du liest zu Hause. Ich weiß nicht, welchen Predigern du zuhörst oder was auch immer dein Alltag bestimmt. Wir als Pastoralteam, wir merken, dass dieses Gedanken, dass diese Gedanken von was bringt es mir, nicht nur irgendwas auf der Arbeit ist oder so, sondern dass es auch tatsächlich immer mehr in den christlichen Kontext kommt. Ja, wir merken und hören immer mehr Predigten, Songs und lesen Buchausschnitte, wo wir uns denken, Moment mal, was wird hier eigentlich gesagt? Worum geht es hier eigentlich noch? Was will der Autor so sagen? Ich habe mal ein paar Sätze mitgebracht, vielleicht hast du die schon mal gehört. Ja, frisch von YouTube, aus Predigten, von bekannten Predigern. Ja, wenn du das und das, dann erfüllt Gott mir meine Träume. Gott erfüllt mir meine Träume. Gott wird dich erfolgreich machen. Ich habe die Kraft, meine Träume zu verwirklichen, Komma, durch Gott. Mein Sieg fängt in meinem Kopf an. Ich darf mich nicht von meinen Gedanken limitieren lassen, um Gottes Fülle zu erleben. Das Ganze garniert man dann so ein bisschen mit so Versen wie zum Beispiel aus Philippa 4, Vers 13, wo steht, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und zack geht es beim Evangelium nicht mehr darum, von seinen Sünden umzukehren und Christus alles hinzugeben, sondern es geht darum, von Gott Segen zu empfangen und ein besseres, reicheres, gesünderes und tolleres Leben zu führen. Merkst du was? Merkst du was? Fällt dir was auf? Schon sind wir bei einem Glauben, der mich segnet. Und umso mehr ich gebe, umso mehr werde ich bekommen. Umso mehr ich tue, umso mehr werde ich bekommen. Und natürlich will ich 100 Euro spenden, weil die Hoffnung auf die 1000, die zurückkommen, das Zehnfache, ist groß. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen ertappt fühlst bei dem einen oder anderen, den du hörst, liest oder sonst was. Ich möchte dir aber einen Namen dafür geben. Das Ganze nennt man Wohlstandsevangelium. Hast du es schon mal gehört? Wohlstandsevangelium. Prediger, die so predigen, wollen dir sagen, dass Gott dein persönlicher Begleiter ist, welcher dich schön, reich und unbesiegbar macht. Und ich sage euch, diese Botschaft in der heutigen Zeit, die zieht an. Die zieht an. Die Kirchen, die sowas predigen, sind voll von Leuten. Die ganzen großen Pastoren, die in diese Richtung predigen, sind stinkreich, fliegen Privatjets, haben mehrere Millionen Dollar auf dem Konto, wohnen in Millionen Dollar Anwesigen und predigen immer weiter. Gebe und dir wird gegeben. God will prosper your life. God will dir Wohlstand schenken. Und wer will das nicht? Das ist eine gute Message für unsere heutige Zeit, oder? Wo es um mich geht und das, was ich brauche und das, was ich mir wünsche. God will prosper your life. Ein bisschen Glauben, ein bisschen Kirche, ein bisschen Gesegnet, oder anders, ein bisschen Glaube, ein bisschen Kirchen, um gesegnet zu werden. Ein bisschen Glaube, weil es mir ja etwas bringt. Ein bisschen Glauben, weil ich es gut finde. Ein bisschen Glauben, damit ich mich gut fühle. Ich hoffe, du merkst an meiner Stelle, an dieser Stelle sehr viel mich, mir, meiner, ich. Ja? Aufgefallen? Aufgefallen? Dann bist du wach. Mit diesem Wissen finde ich es krass, wenn du mal in die Bibel reinschaust und zum Beispiel Paulus liest. Paulus schreibt an Timotheus, in 1. Timotheus 6, Vers 5, das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Wenn ich sowas lese, habe ich Respekt davor zu predigen, sage ich ehrlich. Paulus ist sowas von klar. Er hat so einen klaren Kompass, wo es hingeht. Ihr Lieben, ich glaube, ihr merkt relativ schnell, dass es irgendwie in diese Richtung gehen soll heute Morgen, dass ich dir sagen möchte, ein Glaube, der dich und mich segnet, ist nicht ein Glaube, der mich zum Wohlstand führt. Und ich möchte kurz auf eine Seitenstraße gehen. Dieses ganze Ich und mir und meins und wie auch immer fällt mir nicht nur in dem Thema auf. Wir sehen es in so vielen Punkten. In den christlichen Reisen gibt es immer mehr, wo uns das auffällt. Wo es um mich geht und nicht mehr um Gott und seine Maßstäbe. Aussprüche Gottes werden genutzt, um sich einen charismatischen Kick zu holen. Weil wenn ich dies mache oder ich dies sage, dann wird Gott tun. Warum? Ja, weil ich Gott erlebt habe. Hey, ich habe Gott erlebt. Übernatürlich. Hammer, oder? Und was hast du getan? Ich habe Schritt 1, 2, 3 und dann, boom, hat es geklappt. Oder Werte und Maßstäbe werden beiseite gelegt, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Und warum? Finde ich nicht gut. Sehe ich anders. Also wenn so Gott ist, dann ist es nicht mein Gott. Dann ist es nicht mein Gott, ja. Also wenn so Gott tickt, das fühle ich nicht. Nee, nee, das finde ich anders. Okay, dann ist es nicht mein Gott. Oder Gott muss vielleicht anders sein. Und eher zu meinen Maßstäben passen. Herr, warum erzähle ich dir das heute Morgen? Ich glaube, es ist unfassbar wichtig mit dem Internet und der Fülle an Medien. Ja, es ist wichtig, dass du auf dem Schirm hast und immer wieder prüfst, was du in deinem Alltag hörst, siehst und liest. Und ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt große Prediger, die hundertprozentig in deinem und meinem Schrank stehen. Wo du dir denken musst, huiuiui, ist das wirklich gut? Und ist das biblisch? Und verstehe mich auch nicht falsch, ich stehe hier nicht und sage, ich predige die hundertprozentige Wahrheit. Wir sind alle auf dem Weg. Ich habe vor 15 Jahren Dinge gesagt, als ich frisch im Glauben war, wo ich mir heute an den Kopf wassehe. Darum geht es mir nicht. Erkenntnis ist Stückwerk. Aber es gibt Eckpfeiler in der Bibel, die sind klar. Und dazu gehört, dass Gott nicht so ist, wie du es möchtest. Und dazu gehört, dass Gott und Glaube nicht dafür da ist, dass du nicht stinkreich werden. Ich habe es am Anfang gesagt, ja, der Glaube segnet. Wir erfahren es. Aber wie ist doch die Frage? Wie ist doch die Frage? Wie ist an dieser Stelle die Frage? Ich wünsche mir, dass du einfach ein Gespür dafür kriegst, nach dieser Predigt, und du mehr einordnen kannst, was für ein Input auf dich einprasselt. Was für eine Instagram-Story, die da gerade gezeigt wird, was du für Lieder hörst und singst. Und damit meine ich nicht, darf ich, keine Ahnung, Andreas Bunar, Burani, was auch immer wieder heißt, hören. Da geht es darum, hey, was sagt das Lied aus, was ich hier gerade höre? Aber worum soll es da gehen? Ein kleines Empfinden dafür, dass du merkst, was ist in meinem Leben los? Hinterfrag dich mal, was predigen deine Lieblingsprediger? Was sagt dein Lieblingsbuch? Und dann guckt nochmal genau rein. Und auch wenn diese Worte hart sind, dann liest du nochmal 2. Korinther 11, 3 Vers 4, wo Paulus sagt, ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben. Was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden, als den, den ihr empfangen habt. Oder eine andere Botschaft, als die, die ihr geglaubt habt. Ja, ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkündigen. Hey, ich sag nicht, werf alles weg. Ich sag einfach, sei wach und pass auf. Und guck, was dich prägt. Nicht alles ist Gold, was glänzt, ja. Und bei dieser ganzen Ich-Geschichte, egal in welcher Facette, mir fällt immer auf, es fühlt sich an, als ob wir über Gott verfügen wollen. Wenn ich das mache, dann. Wenn ich ihn mal brauche, dann. Wenn es mal nicht so anfühlt, als ob Gott hier ist, dann dies. Dann jenes. Dann hier das Lied. Dann hier diese bestimmte Gebetsformel. Dann hier nochmal das und dies und jenes. Und wenn es sich dann noch nicht anfühlt, ja, vielleicht schmeißen wir das Ding einfach in die Tonne. Weil das ist ja eh vor 2000 Jahren geschrieben und hat heute nichts mehr zu sagen. Hey Freunde, lasst uns aufpassen. Ich werde es bestimmt noch öfters sagen. Lasst uns schauen und lasst uns reflektieren. Ja, Gottes Wesen, sein Wort und seine Wahrheiten sind zeitlos. Amen. Ja, ja, ja. Ihr seid dabei. Ihr hört gespannt zu. Und umso mehr ich darüber nachdenke, merke ich, dass es uns immer mehr schwerfällt, gehorsam gegenüber Gott zu sein. Weil gehorsam bedeutet, sich hinten anzustellen. Weil gehorsam bedeutet nicht, I am first, sondern I am second. Ja, ich bin nicht auf Platz 1. Ich stehe hinter Gott. Ja, aber in Matthäus sagt es Jesus selbst zu seinen Jüngern. Da heißt es in Kapitel 16, die Verses 24 bis 26. Hey, sich selbst aufgeben. Gehorsam, keine eigenen Ansprüche stellen, Gott gehorsam nachfolgen. Nicht mehr ich, sondern Gott. Das passt irgendwie nicht in unsere Zeit. Aber irgendwie eigentlich schon. Ja, noch hier wirklich eine kurze Bemerkung. Versteht mich bitte nicht falsch. Ihr kennt mich, ja. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen nicht willenlos durch die Gegend gehen. Ja, wir alle haben Bedürfnisse, Wünsche, Träume, Hobbys und das ist gut so. Gott wünscht sich ein erfülltes Leben für dich und mich, wo du in deiner Berufung mit ihm verbunden unterwegs bist. Aber die Frage ist doch, die Frage ist doch, ist mein Wunsch zuerst oder ist Gott zuerst? Ist mein Wunsch zuerst und mein Leben zuerst oder ist Gott zuerst? Wenn ich Gott diene, dann wird er mir sagen, was ich brauche. Er wird mich versorgen mit dem, was ich brauche, weil ich auf ihn höre. Aber wenn Gott mir dient, dann wird es schwierig. Ich nutze den Glauben, um meine eigenen Dinge zu legitimieren und mich gut zu fühlen. Das ist nicht richtig. Das ist kein Glaube. Ja, ein Glaube, der dich segnet, ist nicht ein Glaube, der dir so schmeckt, wie du es willst. Und ein Glaube, der dich segnet, ist kein Glaube, der dich reich, berühmt und unsterblich macht. Unsterblich schon mit dem ewigen Leben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ein Glaube, der dich segnet, ist kein Glaube, der dir jeden Durchbruch auf Knopfdruck beschert. Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns zu bereichern. Und die Bibel spricht davon, dass diese Welt zerbrochen und kaputt ist. Und wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Wir sollen Gott lieben und unsere Mitmenschen. Und in diesem Leben kann so viel passieren. So viel passieren. So viele Höhen und Tiefen. So viele Schicksalsschläge. So viel Mist, weil diese Welt kaputt ist. Und wir selbst Zerbrochene sind, die Gott dringend brauchen. Und ich möchte dir sagen, ein Glaube, der dich reich machen wollen würde, wird immer an seine Grenzen kommen. Es gibt existenzielle Krisen, Herausforderungen und Schicksalsschläge des Lebens, wo jeder Wohlstand der Welt am Ende an seine Grenze kommt. Immer. Kein Geld der Welt hilft dir, wenn deine Mutter verstirbt. Vielleicht kannst du die Beerdigung bezahlen. Okay, du bist dort abgesichert. Aber das, was innerlich los ist, das kriegst du nicht auf die Kette. Das kriegst du nicht auf die Kette. Außer du hast Gott in deinem Leben, der dich auf übernatürliche Weise mit Frieden beschenkt und dich tröstet. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dich annehmen und lieben und die mit dir durch diese schweren Zeiten durchgehen. Ja, genau dafür schenkt uns Jesus ein Glaube. Ein Glaube, der nicht aus Bereicherung besteht, sondern ein Glaube, der an Hoffnung festhält. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Hey, wer an Gott glaubt, ist ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes und ein Miterbe von Jesus. Und das bedeutet nicht, dass du das prall gefüllte Portemonnaie von deinem Body kriegst, was er dir vererbt. Das bedeutet, dass in dieser Zeit, wo Hoffnungslosigkeit, wo Zerbruch ist, wo Krieg stattfindet, wo es alles ausweglos ist, dass dort trotzdem noch eine Hoffnung ist, an der du dich festhältst. Und es ist kein Geld und kein Auto, sondern es ist das Kreuz Christus, wo er für dich gestorben ist. Und diese Hoffnung ist lebensspendender und erfüllender und glücksbringender als alles, was du dir vorstellen kannst. Aber es ist keine schöne Bibelstelle. Deswegen lasst uns alle in die Kirche gehen, wo Gott uns prosperen wird. Kein Amen? Herr Jesus ist durch Leid gegangen für diese Menschheit. Er ist auf die Erde gekommen, er wurde bespuckt und geschlagen. Er wurde ausgelacht, ihm wurde unterstellt, dass er ein Lügner ist, dass er gar nicht Gott sein kann. Und am Ende des Tages haben die Leute so viel Hass auf ihn gehabt, dass sie ihn tot sehen wollten. Und er wurde den Berg raufgetrieben mit Schmerzen, mit Wunden. Am Kreuz wurde er aufgehangen und er ist verstorben und die Welt dachte, es ist vorbei. Wir haben den Ketzer getötet. Und dann passierte das Unglaubliche. Drei Tage. Drei Tage haben die Leute gedacht, jo, er ist weg. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin wieder da. Und er ist auferstanden von den Toten. Und er hat der Welt gezeigt, dass kein Leid, keine Schuld, nichts, was man ihn auch nur antun könnte, zu viel ist. Nein, er hat uns gezeigt, dass wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, das und das habe ich getan, das und das steckt in mir, das und das fordert mich heraus, sei der König meines Lebens, ich möchte an dich glauben, dann wird er dir vergeben. Und er hat bewiesen, dass das wirklich so ist, weil er von den Toten auferstanden ist. Weil er gesagt hat, du glaubst mir nicht, dass ich dir vergeben kann? Hey, dann guck mal das größte Wunder, was die Menschheit je gesehen hat. Nach drei Tagen tot bin ich wieder da. Den Tod besiegt? Hast du schon mal sowas in deinem Leben gesehen? Das kann nur Jesus. Und Jesus hat es getan für dich und für mich. Und dann schreibt Paulus hier, ihr seid Miterben von seinem Leid und aber auch von seiner Herrlichkeit. Da ist nichts mit Wohlstand. Da ist nichts mit volles Popmanee. Da ist Jesus und du, die gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehen. Jesus und du, wo du dich geborgen wissen kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Jesus und du, wenn alles um dich herum zerbricht. Jesus und du, wenn du Schmerzen hast. Wenn die Depressionen dich wieder quälen. Wenn dich alles in dir umdreht. Wenn du das Gefühl hast, dass du im Leid ertrinkst. Dann ist Jesus da. Und Jesus flüstert dir zu und sagt, hey, alles Leid, was du hier erlebst, ist nicht schön. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in Herrlichkeit erleben werden. Herrlichkeit. Weißt du, was Herrlichkeit ist? Ein Ort, wo es kein Schmerz, kein Leid mehr gibt. Wo keine Träne fließen wird. Wo nichts mehr von negativen Gefühlen da ist, die du hier kennst. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber ich glaube daran, zutiefst, weil ich Gott in meinem Leben erfahren habe. In all den Zeiten, wo er mich gesegnet hat, weil er gesagt hat, hey, das und das hast du und deine Familie nötig. Und deswegen schenke ich es dir. In den Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, dass ich so weit weg bin, dass ich nicht mal mehr beten konnte. Und Gott nach zwei Monaten einfach aufgetaucht ist und gesagt hat, hey, ich bin noch da. Ich bin noch da. Und ich auf einmal wach war und ich so, hey, warum bin ich alleine unterwegs in meinem Elend, wenn ich jemanden an meiner Seite habe. Ich habe Gott erfahren in der tiefsten Stunde meines Lebens. Und weil ich Gott erfahren habe, glaube ich, dass da etwas auf uns wartet, was größer ist als alles, was wir hier bekommen können. Ich fasse es nochmal für dich zusammen. Der Grundgedanke ist, dass wir mit Christus das Leid dieser Welt aushalten, weil wir die Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Unser Denken, Handeln und Fühlen ist auf Christus und seine Werte und seine Gebote ausgerichtet. Und dann wird Gott dich segnen, indem er dir eine Hoffnungsperspektive schenkt, die alles übersteigt. Gott wird dich segnen mit einem Glauben, welcher dich zu seiner Ehre leben lässt. Gott segnet dich mit einem Glauben, welcher für andere Menschen da ist. Gott segnet dich mit einem Glauben, welcher erleben darf, dass der Schöpfer des Universums ganz nah ist. Gott segnet dich mit einem Glauben, der einen Unterschied machen kann auf dieser Welt, weil du dich zurücknimmst und sagst, ich liebe Gott und meinem Nächsten mit all der Kraft, die ich habe und die ich vom Geist Gottes bekomme. Und jetzt möchte ich eine kleine Fangfrage stellen. Hört sich das ein bisschen anders an, wie das vom Anfang? Ein bisschen nur, ja? Ich glaube mir, ich finde es, auch wenn es wichtig ist, ich finde es herausfordernd, so etwas zu predigen, weil du ja schon auch ein Stück weit immer mal was ansprichst, was andere vielleicht sich auch erarbeitet haben oder wo sie draufgekommen sind in ihrem Bibelstudium. Und ich mache das hier nicht leichtfertig. Wir als Pastoralteam, wir sehen das nicht leichtfertig. Wir haben nicht durch Zufall ein Buch bekommen und haben gesagt, Mensch, das ist ja ein neuer Trend. Hey, wir merken, dass das wirklich etwas ist, womit wir in dieser Zeit beschäftigt werden. Der Glaube und mein eigenes Ich. Und wo sortiere ich mich ein? Was spricht mich an? Was tut mir gut? Ich möchte uns ermutigen, dass wir echt uns unter Gottes Wort stellen und dass wir einfach mit bestem Wissen und Gewissen sein Wort studieren. Und ich meine hier nicht, dass du auf eine Bibelstelle stößt und jetzt hast du vielleicht ein bisschen deine Fragen. Ist das wirklich so, wie es meine Gemeinde glaubt oder könnte es anders sein? Das ist absolut gesund und in Ordnung. Mir geht es wirklich um Eckpfeiler, um Eckpfeiler des Glaubens, wo wir wachsam sein sollten und wo wir uns immer wieder prüfen sollten, was passiert um uns herum. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Diesen Glauben der Hoffnung und der absoluten Erfüllung, den kannst auch du empfangen bzw. auch heute neu bekommen. Alles, was du brauchst, ist zu glauben, dass Jesus am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist. Dann wird dir Jesus eine Hoffnung schenken. Weil du weißt, der Tod ist nicht das Ende, weil er von den Toten auferstanden ist. Der Tod ist alle für ein für alle Mal besiegt. Seinen Frieden wird dir Gott schenken, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser annimmst. Im christlichen Glauben geht es darum, seine Sünde zu bekennen, zur Umkehr zu kommen und Erlösung von Gott anzunehmen. Erlösung von dem, was mich belastet, Erlösung von dem, was ich an Schuld getan habe, aber auch Freiheit von sich selbst. Sich selbst nicht immer wichtig zu nehmen, sich selbst nicht an erster Stelle zu stehen, sondern ganz in den Dienst für Gott und zu sagen, Gott, wie kann ich Menschen lieben? Ja, wir sind alle nicht perfekt und wir machen alle Fehler und wir alle werden es nicht alleine schaffen, in diesen Himmel zu kommen. Du und ich, wir brauchen kein viertes Auto und keine fünfte Ferienwohnung auf dem Bahamas. Jesus wünscht sich ein Glaubensbekenntnis von uns, damit wir mit ihm sein können. Der Glaube an Gott ist real und er wird dein Leben verändern. Du wirst Gott kennenlernen und eine neue Freiheit erleben, die du noch nie erlebt hast. Gott wird dir seinen Plan für dein Leben zeigen und er wünscht sich, dass du mit ihm unterwegs bist. und das Ganze aber in Beziehung zu ihm und nicht als ein Selbstzweck zur Selbstoptimierung oder als ein nettes Add-on in einem spirituellen Portfolio. Ganz oder gar nicht, sagt Jesus. Aber er sagt nicht, hey, du bist cool oder nicht cool, ganz oder gar nicht oder hau ab. Er steht immer mit offenen Armen, sagt jeder, ganz oder gar nicht, komm zu mir, ich warte den ganzen Tag, jede Sekunde, jeden Moment auf dich und seine ausgebreiteten Arme werden für dein Leben niemals zugehen. Und ich verspreche dir, wenn du glaubst, wirst du Segen empfangen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir als Gemeinde glauben, dass Gottes reicher Segen in unserem Leben sichtbar ist. Aber wie er aussieht, kann vielleicht ganz anders sein wie das, was dir versprochen wird. Glaubst du daran, dass Gott weiß, was du wirklich brauchst? Und dass das, was er dir geben möchte, besser ist, als das, was dir versprochen wird von manchen Predigern? Heute Morgen ist eine Einladung an dich, wie ich schon gesagt habe, nicht alles wegzuwerfen aus deinem Schrank, darum geht es mir nicht. Meine Einladung an dich ist, geh doch mit einem neuen Kompass durch deine nächste Woche. Hör einfach mal hin. Ich für mich persönlich habe das auch gemacht. Ich habe es jetzt, es ist schon ein bisschen länger her, ich persönlich versuche, wenn ich Lobpreis leiten darf, Lieder zu vermeiden, wo es echt viel um mich geht. Ich werde das schaffen. Ich werde siegen. Ich werde einen Durchbruch haben. Also wo es so viel wird, dass du dir jetzt fragst, hey, wir singen hier ein Anbetungslied, aber wo ist das Gewicht gerade? Ja, das heißt nicht, dass wir auch hier nicht mal ein Lieder haben können, wo es heißt, ich schaffe Raum für dich. Ja, das ist auch ein Ich. Aber wo die Gewichtung stimmt, wo es gesund ist. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe geguckt, ich habe für mich geguckt und mich entschieden, ich möchte, wenn ich singe, echt gottzentriert leben. Weil ich damit auch ausdrücken möchte, Gott, ich stehe an zweiter Stelle, ich bin unter dir, ich bin dein Diener, ich bin für dich da, was möchtest du mir sagen, was soll ich tun? Und nicht, hey Gott, ich habe irgendwie Lust, mal jetzt von dir beschenkt zu werden. Ja, das funktioniert nicht, da haben wir eine kleine Schieflage, wenn wir so unterwegs sind. Deswegen die herzliche Einladung an dich, sei einfach ein bisschen wacher in der nächsten Woche und guck doch mal. Und wenn dir was auffällt, dann sprich doch mal mit deinen Freunden darüber oder mit deinen Eltern, mit deiner Frau. Komm gerne auf uns zu, stell uns Fragen. Du brauchst uns jetzt nicht deine Bibliothek schicken, aber sei doch einfach mal wacher und schau, schau einfach mal. Aber wir glauben daran, als FCG Bielefeld, dass nicht wir Pastoren hier die Mündigen sind, die für euch alles absegnen müssen. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Miterbe Christi, du bist mündig mit dem Geist Gottes unterwegs. Dafür brauchst du nicht jemanden, der immer einen Stempel drunter setzt mit einem schönen FCG Bielefeld-Sticker. Du brauchst einfach Wort Gottes, ein bisschen Wachheit und den Mut, auch mal Sachen zu hinterfragen, die vielleicht jeder feiert. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kannst nicht so viel mit dem Glauben anfangen und du sagst, hey, ich brauche nicht noch ein viertes Auto, sondern ich brauche Hoffnung, dann möchte ich dich einladen, das Gespräch zu suchen. Wir haben hinten die Gebetsecke. Ja, da kannst du auch gerne hingehen, wenn du eine Frage hast. Wenn du sagst, du, Glaube, wie mache ich das? Wie geht das? Ja, und vielleicht kommt es dann dazu, dass auch für dich gebetet wird. Hey, mach dich auf den Weg, komm gerne auf mich zu oder auf irgendjemanden hier in der Gemeinde und vielleicht können wir dir ein Stück weit helfen, deine Fragen zu klären, sodass du auch einen Schritt weiter kommst in dem, auf deiner Suche, in der du dich befindest. Ihr Lieben, ich möchte noch beten und dann lass uns nochmal in den Lobpreis gehen. Danke Gott, dass du hier bist heute Morgen und dass du alles in deiner Hand hast. Gott, das ist schwierig. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Prägungen, mit unterschiedlichen Herausforderungen, mit unterschiedlichen Ansichten und vieles davon sind einfach Nuancen, die sich abweichen, wo man im gesunden Rahmen darüber reden kann, diskutieren kann, aber trotzdem sehen wir auch in deinem Wort ganz klare Eckpfeiler, die fest sind, dass du gestorben bist, von den Toten auferstanden bist, dass du kein Wunschautomat bist, dass Hoffnung das Geschenk des Glaubens ist, Vergebung des Geschenk des Glaubens, Freiheit, Frieden. Und so bitte ich dich, dass wir da einfach ja gut unterwegs sind, für uns, auch vielleicht uns selber mal hinterfragen, wo lehnen wir uns ein Stück weit mehr auch auf uns, wo haben wir eine starke Betonung von uns und weniger vielleicht auch von Gott, der unser König ist, Jesus, der unser König ist. Gott, mach uns da ganz wach und lass uns da in der nächsten Woche auch von dir hören, was du in unser Herz sprichst, was du uns sagen möchtest. Gott, ich möchte wirklich um deinen Segen bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, der auf der Suche ist, der dich noch nicht kennt, der dich ein bisschen kennt, der sich unsicher ist, der vielleicht gerade am Zweifeln ist. Gott, schenk tolle Menschen in ihrem Umfeld, die sie begleiten, die die Fragen mitnehmen und aushalten. schenk tolle Leute, die beten. Aber Geist Gottes, schenk auch eine persönliche Berührung, um zu erkennen, dass du Gott bist und dass du, ja, wahrhaftig bist. Gott, ich danke dir, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, dass wir gemeinsam von dir hören dürfen, dass wir nicht perfekt sein müssen und dass du uns trotzdem liebst. Diese Spannung zwischen aus Gnade unverdient gerettet, nicht perfekt zu sein, aber trotzdem irgendwie das Wort Gottes auszulegen und zu verstehen, ist echt nicht einfach. Aber wir vertrauen darauf, dass dein Geist mitten unter uns ist und uns in alle Wahrheit führt. Danke Gott, dass du da bist. Wir wollen wirklich Raum schaffen für dich. Wir wollen Raum schaffen für dich, dass du wirkst, dass du tust, was du willst und dass du uns heute Morgen begegnest. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen, wir singen noch ein paar Lieder.